Ja hallo und willkommen zurück zu Alien Breed Assault Jetzt müssen wir schon... Ja ok, sonst und an. Ja, das ist immer komisch mit den Sound-Einstellungen und was ist hier? Eine lange Brücke. Wir mögen Brücken nicht mal, Zugangsplattform deaktiviert. Die Köln mit Levelstern die Zugangsplattform. Sieh zu, dass du den Raum leeren und die Plattform reaktivieren kannst, Konrad. Mach das doch für mich. Du hast doch so super Zugriff auf das ganze Schiff. Erstmal Dampf ablassen. Kühlmittel-Level wieder auf normalen Werten. Fehler, Kühlmittelabfluss abgebrochen. Versuche den Raum mit den Rohrleitungen. Irgendetwas verhindert den vollständigen Abfluss. Ja. Wer hätte es anders? Blockade festgestellt und ich stand schon fast mit Händen drin. Es gibt in deiner Umgebung ein paar alte stillgelegte Zugangstunnel, Konrad. Aktiviere die Steuerung und ich werde einen neuen Weg für dich finden. Das ist doch wunderschön. Das aktivieren wir doch gleich und da. Äh, das sieht gefährlich aus. Oh ja. Ah, Zeus. Hält mir kacke raus. Ja, ich sehe da bloß nichts. So, da ist eine Wachkanone, die man auf Steckdosen platzieren kann. Strahlung entdeckt. Da geht's nicht durch, Konrad. Und auch kein Weg zurück. Nimm den Fahrstuhl nach unten zum Erdgeschoss und aktiviere die Haarlandpumpen. Und ein Sturmgewehr Munition. Das haben wir nötig. Hier können wir nicht drehen. Boah. Ups. Fahrstuhl aktiviert. Jetzt können wir wieder drehen. Und es geht gleich weiter mit Mini-Alients. Und jetzt, da ich ein bisschen mehr Muni hab, hier werde ich... Habe ich das Gefühl, dass wir diese Wachkanone lieber platzieren sollten. Bäm. So. Jetzt haben wir eine Wachkanone. Da können wir vielleicht ein wenig Munition sparen. Ist hier noch irgendwas ein menschlicher Leichnam. Den pländern wir ja. Munition für die Schleuderkamone. Das lassen wir noch unseren Sparter wie den Schuss. Werden wir das hier aktivieren. Fehler, Pumpenventile, wir geschlossen. Ja. Die... Okay. Diese ganzen... Diese ganze Story von Aktivieren. Fehler. Gehe da hin. Aktivieren. Fehler. Gehe da hin. Story kennen wir ja schon aus dem Einzelnen. Ja. Ah, das ist gut, weil das dauert hier... So. Pumpen... Pumpen... Ventil geöffnet. Gut. Und jetzt... Ventilseinstelle... beschädigt die achten woher kennen wir das ich sehe einen großen lagerkorridor etwas südlich von mir sucht dort nach einem ersatzventil für die pumpe so ein zufall frote kanister zu schießen bringt diese zu explodieren ja am boom und ja wir sind wieder eingeschlossen zu rennen und hier ist ein speicherpunkt aber wir speichern noch nicht das ist noch viel zu früh nicht wahr oder afl in darf noch mal genug munition pampe brauchen wir jetzt nicht unbedingt gegenstände kann man das verkaufen also die werde ich jetzt wie schon im ersten teil erwähnt nicht verwenden diese ganzen granaten kack dinger jetzt muss man hier durch alles kein problem aber warte mal das ich vielleicht doch von der anderen seite machen alle treffen aber ja und die kleine mir kann immer das pumpenventil er hier voll explodiert betäubungsgranate wir gehen hier trotzdem mal durch sollte sich das hier öffnen irgendwann mal hat sich doch kreis war doch gerade weg oder weil da liegt nämlich was die macht man durch ja er sagt denn ein menschlicher leichner ein alien auf dich scheiß fähig weil ich zu früh nach ich denke du bist schon tot und eine verstärkte rüstung die werde ich mir jetzt mal aufheben für situation wo ich ja sie gebrauchen könnte sagen wir es mal so und ich verliere durch diese scheiß giftgas kacke zu viel leben jetzt immer wieder so ein alien so hinter mir ist das jetzt weg jetzt weg jetzt gehen wir durch und die Ventil stelle mit einem neuen Ventil dann können wir richtig schön zudrehen so tada Pumpenventil geöffnet da blubberts auch schon schön die Maschinen sind auf Hochtouren starte das Hanon Pumpensystem neu das machen wir gleich das geht auch schnell Hanon steuerungssystem startet neu Oh yippie yi yi ein Glück dass ich das hier hingestellt habe Schieß ab Tötes Töte das Alien ein bisschen will ich auch mitmischen das wird sehr langweilig schaut der Backer mit hinten rum das gehört sich so das ist gut linke Seite übernimmt mein schönes Gericht während ich mich hier in diese wunderschöne Seite komme während ich noch weitere Sieg 26 25 24 oh jetzt kommt schon unsere Teckelviecher wo man so schönes Fisch schießen kann so noch wer wer will noch wer hat noch nicht so langweilig 7 6 5 4 3 2 1 Explosion oh bam alle tot alle tot alle tot und da liegt Geld wer hat da sein Geld fallen gelassen sein Portimonie rar Hallo Steuerung Neustart abgeschlossen das ist schön die Pläne zeigen einen freien Weg zurück zum Verbindungsroman nimm den Fahrstuhl zurück nach oben ich werde dir einen neuen Weg suchen das ist aber nett Fahrstuhl aktiviert hier wackelt es ein wenig nein es ist ja es ist nicht menschliche Leichnam und ich glaube wir haben hier wieder ein Facebook und ein Sturmgewehr nur für mich Schnauze wenden ist ja gar nichts zu melden naja klar dass wir jetzt nicht mehr zurück können aber das desinteressiert mich nicht wow ja nein Betäubungskranate jetzt bekommt man auch ein wenig mehr glaube ich das immer von diesen Leichen sonst im einen sah hat man ja nie was von denen bekommen das kenn ich irgendwo her war ich hier schon mal? nicht oder? ich kann mich nicht lang hier gibt es auch gar nichts das ist ja richtig langweilig muss ich jetzt lang hier lang hm oh dieses wackeln ist echt totenervig das erregt äh wieso jetzt da lang da war doch nur dieser komische Raum da genau beseitig die Blockaden die Sprengladung sollten genug Schaden anrichten ach ja das ist schön warte mal da liegt noch eine Detonationsstelle ach das müssen wir hier gleich hier oh oh ein Video eine Zwischensequenz kein Video 0 Sekunden das waren aber lange 0 Sekunden und das mal gut gemacht das soll jetzt tun die Zugangsbrücke sollte jetzt funktionieren geh dort hin zurück ich lade hier ein paar neue Wegpunkte hoch das ist aber nett mir du bist einfach zu nett zu mir oh ganz aber schneller hochladen bin ich da runter wow gehört das ja das gehört glaube ich so hm ja hier ich glaube jetzt wird erstmal für kurze Zeit kein Speicherpunkt kommen deswegen schließe ich den oh das sieht das göttlich aus ähm schließe ich dies Part ab und ja wir sehen uns dann im nächsten Part ich werde jetzt wahrscheinlich ich allgemein immer ein bis zwei Parts pro Tag nur schaffen sorry für das also wahrscheinlich wird morgen mal keiner kommen und ja wie gesagt schon wegen Klausuren ich muss eigentlich lernen gerade habe ich nicht zu viel Lust drauf aber morgen werde ich es anpacken und dann werdet ihr mich morgen gar nicht sehen hören also dann bis denn dann 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 dann